Hallo zusammen, ich bin's euer RedPokerTender mit einer neuen Let's Play Folge von Terranigma. In der letzten Folge hatten wir den Sonnenbaum endlich mal gerettet, bloß dazu die Pflanzen, Blumen, Blühen schon wieder hier in dieser Welt. Und jetzt geht es jetzt nun direkt weiter zur nächsten Ortschaft. Wir müssen jetzt natürlich jetzt nach Nordamerika. Und ihr seht schon selbst, die Welt sieht jetzt schon ein bisschen viel mehr bunter aus als im letzten Mal. So, wir sind jetzt noch nicht ganz fertig jetzt mit Terranigma, denn es dauert ja noch eine gewisse Zeit. Wir gehen jetzt nun hier entlang. Ich möchte jetzt mal kurz um, ob da noch ein Fleck da ist, aber ich glaube laut den anderen Sachen hier, sage ich, wir sind jetzt nach Guyana. Wir werden uns nie mehr allein sein. Wir werden immer Bettier sein. Wenn du weiteres Lebewesen auferstehen werden, zieh dir zu Hilfe allen. Vor dir liegt das einstige Paradies der Vögel. Die Vögel hoffen auch auf deine Hilfe. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Denn unser nächster Halb wird jetzt sein, die Tiere zurückzubringen. Und zwar jetzt, das heißt dann die Vögel. Das ist jetzt das erste Teil, denn die Welt kann ja ohne Vögeln ja nicht lebendig sein. So, wir sind jetzt noch in Mittelamerika. Wo da ist ja eher so Mexiko angelehnt. Und wir sind jetzt schon jetzt in Amerika angekommen. Hier ist natürlich eng etwas hier versteckt, das habe ich letztes Mal in meinem Stream total übersehen. Da sind noch ein paar Truhen, die wir noch plündern können. Da gibt es natürlich ein paar Knollen. Und 348... 78 Zahler, die uns sehr, sehr nützlich sein können im späteren Zeitpunkt. Und gut. Mal sehen, was wir noch machen können. Wir schauen uns mal kurz noch um. Ein Overworld-Battle geht es natürlich nicht, wie bei Final Fantasy. Ist ja logisch. So. Hier hat man jetzt noch ein bisschen die Übersicht hier in Colorado. Also hier ist schon Kalifornien. Also schon eher Kalifornien. Da die Wüste ist eher wie Nevada, das weiß ich ja selbst. Ich weiß aber in Amerika, by the way. Nur in den westlichen Ländern. Dann können wir jetzt noch extra kaufen. Aber ich glaube, da wird jetzt eher weniger der Fall sein, dass wir was brauchen, was sonst nützlich sein könnte. Außer wir können jetzt mal in Ruhe mehr Gegendgift kaufen. Ist auch nicht so falsch. Magier können wir noch was besorgen. Aber ich glaube, das brauchen wir natürlich nicht. Weil ich benutze ja die Magie eher sehr selten hier. Dann mal schon mal vorspeichern einmal. Mehr ist nicht zu sehen. Hier ist natürlich das Vogelparadies. Aber das wird dann später dann sein. So. Da es jetzt keinen anderen Weg mehr gibt. Also wir müssen jetzt dort diesen Berg hoch. Denn das ist jetzt unser zweiter Dungeon im Spiel. Und zwar Greg Cliff. Mal sehen, wie weit wir jetzt heute das durchziehen werden. Den nächsten Parts. Weil Bevor ich jetzt dann gleich zum Zahnarzt gehe am 5. November muss ich ja noch was übrig haben. Die Let's Play Parts. Weil Mir wird der Weiß jetzt dann schon am 5. November entfernt. Und da wird es dann eher kaum Möglichkeit sein zu reden. Für mich. Es ist aber interessant, dass Daini nur mit Level... Mit Level... Bis zu Level 3... Bis zu 100 KP gesammelt hat. Wollt ich jetzt gerade mit Level 10 jetzt gerade den Dungeon durchmache. Ist aber auch nicht falsch, glaube ich. Aber wir kriegen jetzt sowieso noch mehr Erfahrungspunkte. Ist ja nicht so schlimm. Ich glaube bis Level... 18 müssen wir mindestens dann beim nächsten Ortschaft dann sein. Ja, da halten wir nicht sehr viel aus. Das ist ja das Blöde. Aber wir haben zum Glück jetzt noch vorgesorgt. Hier ist noch etwas. Ja. Komm schon. Ach, stirb doch endlich. Bald bekommen wir sowieso bald einen neuen Speer. Aber ich weiß, dass Elstar ist ein sehr, sehr nerviger Boss gewesen. Wie ich mich noch erinnern kann. Aber den habe ich locker geschafft. Im privaten Stream damals. Hier ist ein Kraft-Elixier. Nochmal schon ein Knöllchen puttern. Dann können wir noch natürlich die HP erhöhen. Aber das will ich erst später machen. Hier können wir natürlich klettern. Aber das können wir jetzt derzeit doch nicht. Schauen wir mal kurz gründlich nach, ob wir nichts verpasst haben. Aber da sind diese Schlammen, die man kaum treffen kann, außer mit Steinen. So, dann sind noch mal diese Steingolems. Da wollen wir richtig mal richtig verkloppen, diese Viecher. Und ich finde, diese Soundtrack in Terranigma, wenn man... Das wird ja sogar immer in den Waldgebieten, als auch hier in diesem Dungeon auch genutzt. Häufigerweise, aber wir sind ja schon selts das. Für viele Leute war Terranigma einer der beliebtesten Action-RPG-Spiele im ganzen europäischen Raum. Natürlich im japanischen und europäischen Raum. Es ist aber leider überraschend, dass es nicht in Amerika rauskam. Sondern nur bei uns in Europa, als auch in Österreich und Deutschland. Offiziell. Ich weiß, es gibt noch natürlich eine bessere Übersetzung, aber... Ich bleibe natürlich im originellen Raum. Die Vögel sind auch ziemlich nervig, weil ich habe da schon ein bisschen meine... Aggressionen rausgelassen damals. Aber ich hoffe, dass ich jetzt nicht meine ganzen Knöllchen jetzt verscheißen werden muss. Ja, wir können ruhig mal jetzt mal doch jetzt nutzen. Den Krafttrunk, damit wir extra mehr bekommen. Ja, da wird es nur um eins erhöht. Aber es wird von Level zu Level dann immer höher. Besser ist es jetzt auch nicht so falsch, dass man jetzt etwas mehr machen wird. Und da sind ja auch C-Geoplaster, die uns paralysieren. Noch ein bisschen lästig, aber da muss man dich schnell killen. Bevor man wieder paralysiert wird und der Golem uns richtig verkloppt zum Frühstück. Na komm. Ich finde, es ist einer der tollsten Dungeon-Themes in Terranigma. Aber es gibt noch viele tolle Soundtracks. Die würdet ihr wahrscheinlich dann später in den Outros dann schon hören. So wie weit wir schon kommen. Ja, diese Viecher sind auch sehr nervig. Au. Oh Mann. Oh ne, oh ne, 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 ne. Du gehst weg. Aber bald bekomme ich schon bald den nächsten Level. Und da kriegen wir jetzt noch mal das neue Item. Hier mal eine bessere Waffe. Die aber sogar in den zukünftigen Dungeons möglich sein wird. Und zwar den Granitspeer. Der Granitspeer kann natürlich, ähm, Felsen zerstören. Wie die hier zum Beispiel, die jetzt gerade gedroppt ist. Und die wird jetzt wahrscheinlich in den zukünftigen Dungeons auch sehr, sehr nötig sein. Also verkaufen ist nicht die richtige Wahl. Oder abwerfen in den schwarzen Loch, weil sonst seid ihr dann echt gesoftlockt. Also die schwarzen Felsen müsst ihr immer in Acht nehmen. Die kann man natürlich nicht verschieben. Man muss sie natürlich mit einem Speer zerstören. Natürlich ist das auch bei Steingolems. Macht das einen enormen Schaden. Genauso wie bei diesen Stein-Geoblaster hier. Und da haben wir schon Level 11 erreicht. Was sagt's denn? Und die Kappa ja hört sich auf 9. Besser als gar nichts. Ja. Aber obwohl ich jetzt leider ausgewichen bin, hat er mich trotzdem getroffen. Aber das wird jetzt noch nicht alles gewesen sein. So schauen wir mal jetzt da an der anderen Seite. Ist da was? Ja, da ist was zum Klettern. Da werden wir wahrscheinlich jetzt noch die Kralle bekommen. Der Geoblaster hat mich trotzdem getroffen, obwohl ich oben bin, weil es natürlich ein Erdbeben verursacht. So. Jetzt gehen wir mal in die Treppe runter. Dann müssen wir da rüber springen. Weil unten gibt's ja natürlich dann nichts. In dem Fall ist es... Ja, den Vogel haben wir mal richtig platt gemacht. Zeig, wo es lang geht. Ach, shit. Aber er hat zum Beispiel ihn getroffen. Hä? Was habe ich denn jetzt getroffen, diese Gegner? Obwohl ich jetzt nur gesprungen bin und nicht einmal getroffen habe. Lol. Naja, egal. Gut. Da gibt's natürlich nur die Felsen, die man natürlich für die Vögel nutzen muss. Aber das war ja natürlich unnötig. Die Vögel bekommen jetzt sowieso sehr viel Schaden. Hin und wieder. So, da ist noch eine Tour. An der linken Seite. Aber da kommen wir nicht ran. Okay, die können wir auch noch natürlich aufheben. Aber das ist ja leider jetzt nicht möglich. Weil es nur so ein Dead End ist. Dann gehen wir mal dort nach oben, zu den Ranten. So, ein Kastall. Und da sind auch diese Felsen wieder. Jetzt kommen wir dort in die andere Seite. Obwohl da normale Gegner sind, da tauchen die plötzlich nicht mehr auf. Lol. Aber da sind sie schon. Die Schlamm-Monster sind ja auch ziemlich lästig. Also dem muss ich lieber ausweichen, weil die machen nichts anders als Ärger. Die Vögel sind auch die Größen. Klagegeister. Im Spiel. Aber diese Gegner, ja genau. Die habe ich auch zu sehr gehasst. Als ich das privat gezockt habe. Die haben so viel enormen Schaden gemacht. Im späteren Spielverlauf gibt es noch solche krasse Martial Arts Schigifiecher, ne. Ich nenne sie einfach Schigifiecher. Was auch immer die sind. Ich habe keine Ahnung. Wie die genannt werden. So. Da sind wir jetzt schon mal dort in der Spitzung angekommen. Da kommen noch Wächste runter. Da ist noch ein Kristall und eine Truhe, oder? Ne. Nein. Nein. Ah, fuck. Ich muss mich einfach durchquetschen. Geht nicht anders. Aha. Hast mich daneben getroffen. So, dann gehen wir mal runter. Ich glaube, wir werden jetzt sicherlich in diesem Part schon fertig haben, dann zum Dungeon. So viel ist sicher. Und da sind wir jetzt leider falsch gekommen. Da müssen wir jetzt steuern mit dem Steuerkreuz in irgendwelche Richtungen. Jetzt haben wir die andere Richtung genommen. Mal sehen, wo es das jetzt so hinführt. Und da zur Truhe. Da haben wir jetzt nur ein paar Knollen. Die sind jetzt nicht so sehr nötig. Wenn ihr schon genug habt, ist das kein Problem. Die mittleren Knollen sind ja auch super. Okay, anders lenken können wir natürlich jetzt nicht. So, wie hier. Okay, dann schauen wir mal, was dort hier geht. Ah, da sind wir schon jetzt mal richtig, glaube ich. Da werden wir jetzt nicht geröstet, sonst sind die Golems auch einige der nervigen Gegner. Die kleinen Fischer tauchen immer wieder auf und verschwinden wieder, wie kleine Feiglinge. Ah ja. Müssen wir durchrushen. Besser, wir rushen uns durch, bevor dann der Geoblaster jetzt ein Airbeam verursacht. Und dann fliegen wir dann in den Abgrund. Das war ja nicht sehr, sehr gut. Dann werden unser Weg abgeschnitten. Das war ja ziemlich schade. Gut, dass wir jetzt gut gelevelt sind. Sonst hätten wir echt Probleme. So. Nächster Weg. Und dann oben müsste irgendetwas noch etwas sein, der uns dann sicherlich beim Klettern helfen wird. Aber es sind auch sehr viele von diesen Vögelfiechern. Die sind sehr, sehr lästig. In diesem Gestrüpp ist irgendetwas versteckt, der uns dann sicherlich helfen wird. Oh, jetzt muss ich jetzt mal diese Vögel loswerden, damit die uns nicht ärgern. Etwas schimmert im Gegestrüpp. Ah, gehält die Greifenklaue. Ja, und mit der Greifenklaue können wir jetzt Wände erklimmen. Wie ein echter Bergsteiger. Ist ja ganz simpel. Natürlich kann man auch nach links oder nach rechts gehen. Nach oben kann man auch hochklettern, runterklettern. Ja, natürlich geht auch diese Vögel, die hauen uns nieder. Also mach ich dir denn platt. Du bist denn mal schön tot. Spielst den toten Vogel. Hier haben wir dann wieder eine Wunderknolle. Besser mehr als gar nichts. Da haben wir jetzt sonst nichts mehr. Außer wir können jetzt nur noch zurückklettern. Schauen wir mal, was es jetzt noch gibt. Weil ich glaube, wir sind jetzt nicht mehr so weit weg bis zum Boss. Ja, da gibt es noch einen weiteren Weg nach oben. Muss ich auch passen, dass der Schlamm Monster mich jetzt nicht trifft. Sonst fliege ich wieder runter. Also man hat jetzt zwei Wege. Entweder man kommt jetzt am Anfang hier rüber des Dungeons oder in eine andere Richtung auch. Schauen wir mal, was es hier gibt. Aber ich glaube, in diesem Part, wenn wir schon sicherlich jetzt diesen Red Cliff jetzt da richtig erledigen. Natürlich, dieser Berg existiert natürlich nicht. Aber es könnte sein, dass es irgendwie mit den Rocky Mountains angelehnt. Ich weiß nicht, ob der Red Cliff tatsächlich an den Rocky Mountains ähnelt. Bei dem Bundesstaat Colorado. Ich weiß selber nicht in Colorado. Aber so wie es aussieht, ist es wahrscheinlich angelehnt an den Rocky Mountains in Denver, Colorado. Oder Grand... Nein, ist es nicht der Grand Canyon? Nee. Blödsinn. Es kann nicht sein, entweder der Rocky Mountains oder... Es ist einer der höchsten Berge in Amerika natürlich angelehnt. Ich weiß nicht, was es sein soll. Aber wenn ihr das wisst, schreibt in die Kommentare. So, wir möchten wieder mal ein Knöllchen... Mit voller Helf jetzt dann gegen den Boss entgegen gehen. Hier ist noch ein... Hier ist noch ein... Ja, komm. Ein bisschen mehr Geld schadet nicht. Ah, da waren wir schon mal, glaube ich, oder? Ja, genau. Vielleicht tun wir mal kurz leveln auf Level 12 oder Level 13. Das wäre dann noch besser. Wollen wir dann zum Boss entgegen gehen? Weil der, habe ich mir mal in Erinnerung gehabt, der war ein bisschen bockschwer gewesen, als ich noch unterlevelt war. Mir bereichen schon bald die 1000 Gold-Taler. Hat er mir 9 Schaden gemacht? What the fuck? So, wie viel? Mal kurz zur Bibliothek mal kurz nachgucken. Wie viele XP brauchen wir noch? Okay. Das Level 12 oder Level 13 wäre empfehlenswert. Ich weiß nicht, ob ich wieder was so sein wird. Weil ich habe schon nicht mehr die Erinnerung mehr. Weil ich habe schon vor 2-3 Wochen... Wie auch immer ich ihn geschadet habe. Keine Ahnung. Oder entweder hat der Geoblaster wahrscheinlich diese Viecher weggefetzt. Ich habe keine Ahnung. Obwohl ich nicht einmal die Speer gezückt habe. Hat er trotzdem Schaden gemacht. Aber ich glaube, der Geoblaster macht das sicher. Kurze Prozess mit diesen Viechern. So, dann mal ein bisschen kurz grinden. Wir sind auf Level 12. Dann kommen wir dann problemlos zum Boss. Fällt mir noch ein bisschen was. Im Gegenteil, es gibt kein Upgrade mit den ganzen Goldtaler. Also man kann mindestens 9999 Goldtaler tragen. Also es gibt keine Upgrades wie bei Zelda und so weiter. Wie auch immer der Geoblaster... Wie auch immer der Vogel stirbt. Ich habe einfach nur keinen... Ist mir immer noch rätselhaft. Obwohl ich nicht einmal einen Schaden gemacht habe. Jetzt sind wieder die 2 gestorben. What the hell? Der Geoblaster hilft mir irgendwie ein bisschen mehr zu leveln. So. Aber ich glaube, wir werden schon unterwegs auf Level 12 schon kommen. Okay, da geht es noch weiter. Dann klettern wir nochmal runter. Nehmen wir den anderen Weg. Ja, anscheinend sind wir jetzt schon den richtigen Weg jetzt zum Boss. Jetzt ist es schicke... Schicke-Verschnitte machen schon ein bisschen Probleme. Okay, dann kommen wir nicht hoch. Ne, der Versuch. Okay, dann scheint wohl jetzt dort schon der Bossraum zu sein. Hier, dort oben. Nur in die falsche Richtung sind wir jetzt hochgeklettert worden. Da muss ich schon schön aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Also es aussieht, wenn wir heute mit dem Dungeon jetzt fertig sind. Ich weiß, wir haben jetzt nicht alle Truhen geschnappt, aber das sind ja sowieso nur wahrscheinlich nur... Taler dort gewesen und ein paar Knollen, die sind ja nicht so sehr nötig. Also wenn die Truhen auch hier so bleiben, wie die sind. Wenn wir schon... Man kann ja nur mindestens neun tragen bei jeder Sache. So, dann heißt es jetzt, auf zum Boss. Und der war für mich meiner Meinung nach eher einfach, aber... Den zweiten Run habe ich ihn als einen schweren Gegner vorgestellt, aber... Ihr werdet schon denken, wieso ich den Boss nicht so sehr mag. Jetzt geht's los. Da ist schon der Boss. Er ist ein Vogel. Der Boss ist natürlich kein anderer als ein Vogel. Die Taktik ist so, wir müssen natürlich seine Projektilen mit dem Schutzschild verteidigen. Es kann sein, dass er dann drunter kommt, jeden Moment. Aber er muss jetzt etwas drunter kommen. Okay. Okay, da muss ich etwas näher rankommen bei ihm. Okay, jetzt kommt er schon. Natürlich macht er nur acht Schaden, aber... Keine Sorge, wir haben noch Wunderknollen. Und jetzt holt er schon seinen Kollegen rüber. Aber den müssen wir doch natürlich ignorieren. Aber der muss schon aufpassen, der schmeißt Scheiße... ...auf uns. Der schießt uns mit Kacke... ...auf den Kopf... ...um uns... ...zu... ...abzulenken. Und das war's schon. Ganz easy. Und Level 12 haben wir erreicht. Es war ja ziemlich nur zwei bis drei, vier Treffer. Das war ziemlich easy. So, die ersten hundert HPKB haben wir erreicht. Infernalus wurde besiegt. Arg. Lange wartete ich auf diesen Augenblick. Alle Vögel sollen ihre natürliche Lebensform wieder erlangen. Doch bedenke noch, ist es zu früh für die Wiederbelebung der Welt. Du musst für das Wachstum allen Lebens sorgen. Und da zeigt sich ein Ei. Das bedeutet... Ein Stück Leben kehrt wieder zurück in die Welt. Und zwar... ...die Vögel. Adler, Zugvögel, Störche und Co. Papageien, Kakadus ...und vieles mehr ...kehrt schon jetzt wieder ...in die schöne Welt zurück. Und da sind wir schon. Das Sankturm sieht jetzt schon viel größer aus als im Vergleich von damals. Gut. Man kann auch mit den ganzen Vögel jetzt ein bisschen kommunizieren. Aber so wie es aussieht, reden nur ein paar Leute. Dinge nur. Ich bin nur ein frumherziehender Nomade. Soll ich dir ein Liedchen trillern? Ja, bitte. Wie schön, du bist ein wahrer Freund. Mit der Muse. Ja, der tut nur die Musik singen. Ich finde, die Musik ist einfach einer der schönsten Melodien. Und ja, wir können jetzt nichts anderes mehr machen, außer... ...wir müssen hier die Wand hier erklimmen. ...denn, denn dort gibt es noch was Besonderes. Und zwar das Kingnest. Mit den Sachen können wir noch kontaktieren. Wir Königsvögel bewohnen Nester in luftigen Höhen. Im höchsten Nest von Dumba, unser König. Dumba. Da kann man auch extra hochklettern. Aber da fliegt jetzt schon der Vogel für uns weg. Ich habe Hunger, großen Hunger. Aber ich warte auf meine Mama. Ich bin brav. Ich werde allein zu Hause. Das kann ich schon. Eins kamen Menschen und strahlen die Eier. Doch nun herrscht endlich Frieden. Wir haben keine Angst mehr davor. Ja, ich weiß ja selbst, die Vögel waren ja natürlich auch manchmal teilweise misshandelt von den Menschen, aber... Das kann schon stimmen. Da hast du unsere Lebensquelle wiedergegeben. Ich möchte dir im Namen aller Vögel danken. Danke. Nicht der Rede wird. So, dann gehen wir mal schon nach oben. Ich bleibe allein zu Hause. Das kann ich schon. Okay, da redet auch derselbe Dialog. Ja, da kann man noch extra mehr auffüllen. Das schadet uns natürlich nichts. Ah, da gibt es auch immer eine bessere Rüstung. Das will wir jetzt zum Beispiel den Equipen. Bevor wir jetzt den Partnern beenden. Damit wir eine bessere, höhere Verteidigung haben. Und hier oben befindet sich dann der Königsnest, aber den werden wir erst im nächsten Part dann betreten. Also, wir sind jetzt noch am Ende des Parts angelangt. Und Leute, falls euch dieser Part gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und falls es nicht geschehen, gerne ein Abo, damit ihr mich unterstützen könnt für die zukünftigen Let's Plays, die dann auch auf meinen Kanal kommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein! Euer RedPoketendo. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.